Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Tutorial zum Thema Peer-to-Peer-Kredite mit Fokus auf Mintos. Zuallererst natürlich die Frage, was genau ist denn eigentlich ein Peer-to-Peer-Kredit? Peer-to-Peer steht eigentlich nur dafür, dass eine Person der anderen Geld leiht oder zum Beispiel, dass eine Firma einer anderen Person Geld leiht, beziehungsweise dass eine Firma einer Firma Geld leiht. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle, wo ich jetzt meinen Mintos-Account erstellt habe, Mintos ist eine der größeren Plattformen im Bereich Peer-to-Peer-Kredite, bin ich ja praktisch ein Unternehmen, das einer Privatperson Geld leiht, beziehungsweise einem anderen Unternehmen. Peer-to-Peer-Kredite sind eigentlich deswegen spannend für Investoren, weil sie halt eine sehr hohe Rendite bieten. In meinem Falle zum Beispiel 12,79%, wie du hier sehen kannst. Und ich habe schon die ersten Auszahlungen erhalten, das heißt diese 12,79% sind auch wirklich, also die werden auch wirklich ausgezahlt. Das ist jetzt nicht, dass man versucht, dich irgendwie abzuzocken und man sagt dir so, du kriegst jetzt 12,79% oder wie bei manchen Krypto-Geschichten 1% am Tag und dann explodiert die ganze Sache und du kriegst kein Geld. Also bei Mintos habe ich jetzt schon Auszahlungen erhalten. Ich habe mir selbst das Geld überwiesen und vor allen Dingen, und das ist noch viel wichtiger, ich habe bisher auf Mintos nicht einen Cent verloren. Kommen wir aber nochmal zu der eigentlichen Idee Peer-to-Peer-Kredite. Warum genau gibt es denn sowas? Wer will denn überhaupt 12% oder 12,79% an Zinsen zahlen? Und diese Antwort ist eigentlich relativ einfach zu geben, nämlich zum einen natürlich Leute, die keinen Kredit mehr von der Bank bekommen, das heißt die einfach nicht die richtigen Qualifikationen haben. Sie haben zum Beispiel nichts, was sie praktisch gegensteuern können, ob es nur ein Haus ist, ein Auto ist, was auch immer. Sie haben also keine Werte oder sie leben in einem Land, wo das eigentliche Bankensystem nicht so gut ist, wie zum Beispiel hier in Deutschland oder wie in der westlichen Welt. Und das sieht man auch, wenn man sich anschaut, sag ich jetzt mal, wo zum einen dieses Unternehmen liegt und wo die Unternehmen oder die Kunden liegen, die praktisch diese Kredite auch nehmen. Das sind vor allen Dingen Länder wie zum Beispiel Litauen, Kasachstan, Estland, solche Länder. Und an sich, Mintos sitzt in Latvia, in Lettland, in Riga, wurde im Jahre 2015 gegründet und hier haben wir noch ein paar andere Alternativen, wie zum Beispiel Lendico, Founding Circle, Super, KommDirect, okay, KommDirect ist jetzt keine Alternative, ist kein P2P-Kredit und dann haben wir Lendix SA. Weitere natürlich sehr lukrative Plattformen sind zum Beispiel Bondora, da ist jetzt viel in, sag ich jetzt mal, wurde über das sogenannte Cash & Go, wenn ich mich nicht irre. gesprochen, wo man praktisch ein Tagesgeld von 6,75% bekommt, was anscheinend tatsächlich auch ausgezahlt wird. Das heißt, diese Plattformen funktionieren tatsächlich auch, man weiß bloß nicht, wie lange noch. Wie genau funktioniert eigentlich das ganze System hinter Mintos? Weil du gibst ja praktisch dein Geld an andere Leute und diese anderen Leute müssen dir dein Geld zurückzahlen. So funktioniert das System nicht ganz. Nämlich in den meisten Fällen ist es so, dass wenn du jetzt auf Mintos dir einen Kredit kaufst, in Anführungsstrichen, dass du dann praktisch an eine Bank oder an ein Unternehmen dein Geld weitergibst, die bereits, sag ich jetzt mal, diesen Kredit vergeben haben. Das heißt, diese Bank oder dieses Unternehmen hat dann immer die Möglichkeit, dich zurückzuzahlen, ohne, sag ich jetzt mal, dass du wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass das Geld eines Tages verloren geht. Weil das sind große Unternehmen, das sind große Banken, da ist es höchst unwahrscheinlich, dass dein Geld verloren gehen wird. Und das sieht man hier übrigens auch in meinem Overview auf Mintos. Ich habe derzeit 16 Investments, nur 296 Dollar drin, also wie gesagt, das ist nicht viel. Ich werde es jetzt nochmal um den Tausender erhöhen. Ich würde es gerne auf ungefähr 4.000 bis 5.000 bringen. Ich denke, mehr würde ich nicht investieren. Ich werde auf Bondora es auch auf 4.000 bis 5.000 bringen. Und dass ich insgesamt in allen Portfolios bei Mintos oder bei P2P-Krediten bei ungefähr 15.000, 16.000 bin. Und nochmal ein bisschen streuen über andere Plattformen, wie zum Beispiel Aux Money oder Lending Club oder so. Wir sehen also hier praktisch, ich habe 16 Investments. Derzeit, wie gesagt, bin ich mit 256,89 Euro. Sag ich jetzt mal, die sind derzeit wirklich, da wird drauf gezahlt. Da gibt es jetzt keine sogenannte Grace Period oder zum Beispiel die eigentlichen Rückzahlungen sind verspätet. Die Rückzahlungen, die leicht verspätet sind, beziehungsweise in dieser Grace Period sind, sind gerade mal 39,14 Euro. So sehen, ich habe aber keine Investments, die 16 bis 30 Tage spät sind oder 31 bis 60 Tage spät sind oder mehr als 60 Tage spät sind. Das Gute ist auch, dass es eine sogenannte Buy-Back-Guarantee gibt hier auf Mintos. Das bedeutet praktisch, dass wenn zum Beispiel du jetzt dieser einen Person praktisch Geld gibst und das wird über ein weiteres Unternehmen gemanagt, dann wird dir dieses Unternehmen das Geld zurückzahlen plus die Rendite da drauf. Das heißt, du kannst nicht verlieren theoretisch. Und wenn ich sowas höre, dann läuten bei mir natürlich immer die Alarmglocken. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich bisher keinen Grund dazu habe, keinen Grund sehe, nicht weiterhin zu investieren. Weil zum einen, es kommt höchstwahrscheinlich fast nie dazu, dass tatsächlich die Firma den Kredit zurückkaufen muss. Und, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, selbst wenn, sage ich jetzt mal, ich in dieser Grace Period bin und dann später bei den 60 Tage plus und so weiter und so fort, selbst dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Firma zurückzahlt. Weil nämlich diese Kredite in den meisten Fällen nicht dann zu Bad Debt werden, sondern meistens schon vorher zurückgezahlt werden. Das heißt, in den meisten Fällen machen diese Unternehmen sehr, sehr gutes Geld. Die wollen zum Beispiel sowas wie, ja, 20% Return oder sowas. Geben die dann 12,79 oder was auch immer und machen dann praktisch diese 8% Gewinn oder 10% Gewinn oder was auch immer. Und dann, wenn halt mal ein Kredit anscheinend nicht funktioniert, zahlen sie dir halt den Kredit zurück plus die eigentlichen Zinsen. Das kann natürlich aber auch nur funktionieren, wenn ein Großteil der Leute, die diese Kredite aufgenommen haben, auch dieses Geld zurückzahlen. Du siehst, wie gesagt, hier Account Balance 296, Net Annual Return 12,79. Derzeit habe ich ein totales Profit von 9,70 Euro. Wie gesagt, das ist ein absoluter Scherz, aber ich werde es auf jeden Fall noch erhöhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie viel Geld bräuchte ich denn, um zum Beispiel hier 1.000 mit im Jahr zu machen, klar, ich müsste ungefähr, sagen wir mal, 9.500 Euro investieren oder sogar noch weniger, 9.000 Euro, sogar eigentlich noch weniger, um hier 1.000 Euro im Jahr rauszubekommen. Klar, müsste ich darauf noch Kapitalsteuer zahlen, 25%, aber das wäre vollkommen okay. Bei 12,79% kann man echt nicht meckern und bei Bondora, der anderen Plattform, kannst du sogar noch mehr Prozent bekommen. Ich kenne viele Leute, die über Bondora bis zu 20% Rendite pro Jahr generieren, was natürlich unfassbar ist. Wir können das hier gerne nochmal an solche Dinge wie den Zinsrechner eingeben. Ich meine, wenn du zum Beispiel 10 Jahre 20% auf dein Kapital bekommst und du gehst mit 100.000 rein, dann ist das schon eine richtig, richtig große Summe, die du da am Ende rausbekommst. So, kommen wir aber eigentlich zum Thema zurück, nämlich wie zum einen macht man Investments, wie praktisch packt man Geld auf diese Plattform drauf. Also, wir haben hier zum Beispiel den Button Deposit Withdraw FX und du kannst hier dann, wenn die Seite mal laden würde, du kannst hier dann praktisch deine Investments tätigen. Du kannst also hier ein Deposit tätigen, klickst dann auf die eigentliche Währung, die du gerne haben möchtest, zum Beispiel mir wäre es halt Euro oder US-Dollar und lädst dann praktisch, oder hier können wir draufklicken und dann musst du halt praktisch an eine bestimmte Adresse diese Summe transferieren. Ist eigentlich relativ einfach, es dauert meistens ein bis zwei Tage, dann ist das Geld tatsächlich auch hier drauf. Dann gibt es natürlich den Button noch Withdraw. Hier kannst du jederzeit dein Geld dir auch abheben. Ich habe es selbst schon getätigt, das heißt, es funktioniert. Dann haben wir hier den Currency Exchange und hier kannst du ganz genau dir anschauen, oder kannst ganz genau dir anschauen, zum einen, wie viel eine bestimmte Währung wert ist und du kannst natürlich auch jederzeit deine Währung tauschen, zum Beispiel Euro gegen irgendwelche, ich weiß nicht, wie sie heißen, Dollar aus Kasachstan. Ich kann jetzt komplett falsch sein, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, haben auch ein schreckliches Zeichen, aber zum Beispiel könntest du, wie gesagt, hier Euro zum Beispiel in diese Währung umwandeln, weil nämlich viele Investments in dieser Währung sind und das geht meistens ziemlich schnell. In meisten Fällen ist das in weniger als 24 Stunden getan, eigentlich sogar meistens in wenigen Minuten. Genau, dann haben wir hier eine sehr interessante Funktion, die heißt Auto-Invest und für viele von euch wird sich das jetzt sicherlich ein bisschen wie Hokuspokus anhören und auch am Anfang fand ich das ein bisschen eigenartig, nämlich ich bin normalerweise kein großer Freund von irgendwelchen Bots beziehungsweise von irgendwelchen, sag ich jetzt mal, automatischen Investment-Methoden, aber das hat sich hier als sehr erfolgreich herausgestellt, nämlich dieses Auto-Invest ist praktisch ein Weg, wie du Investments tätigen kannst, ohne dass du selbst die eigentlichen Investments dir auswählen musst. Du gibst praktisch nur ein, in welche Art von Investments du investieren möchtest, zum Beispiel wie hoch soll die Rendite sein, welche Firmen oder beziehungsweise Banken sollen diese Investments, diese Kredite vergeben und dann kannst du praktisch in diese Kredite investieren und erhältst dann in den meisten Fällen, ja, in einem Zeitraum von, musst du halt wie gesagt auch auswählen, jetzt in meinem Falle 7 Monate bis 36 Monate, erhältst dann immer über gegebene Zeiträume dein Geld. Und bei mir ist es so, ich mag es ganz gerne in einem Zeitraum zu arbeiten von 0 bis 36 Monate, ich habe es jetzt sogar noch weiter gekürzt auf 0 bis 24 Monate, wenn ich neue Investments tätige, einfach, weil ich jederzeit mein Geld rausnehmen möchte, weil du kannst natürlich nicht das Geld rausnehmen, was investiert wurde. Heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel Geld in ein bestimmtes Investment reingesteckt hast und das ist aktiv für 36 Monate, dann musst du halt wie gesagt das Geld auch da drin lassen für 36 Monate. Bei einer Rendite aber von über 10%, da lasse ich mein Geld sehr, sehr gerne für 36 Monate dort drin. Dann haben wir noch eine weitere Funktion, die ich persönlich auch ganz gerne mag und das nennt sich Loan Listing. Und hier haben wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten, in einen Kredit zu investieren, nämlich einmal über den sogenannten Primary Market, den Primärmarkt und den Secondary Market, den Sekundärmarkt. Und das wirklich Spannende hieran ist, dass du dir Investments aussuchen kannst. Das heißt, du kannst dich wirklich für einzelne Investments entscheiden. Und was ich persönlich immer ganz gerne habe, ist zum einen erstmal eine hohe Interest Rate. Das heißt, ich gehe jetzt hier von, sagen wir mal aus, sagen wir mal 11% bis 15%. Das ist meine Interest Rate, die ich haben möchte. Und dann will ich natürlich einen möglichst geringen Timeframe haben. Also es kommt wirklich darauf an, ob du dein Geld jetzt für 5 Jahre hier drin lassen möchtest oder ob du es sehr gering haben möchtest. Ich gehe jetzt mal von 24 Monaten aus, als mein Maximum. Und wir sehen hier zum Beispiel, gibt es Investments 15%, 15%, 15%, haufenweise 15% Investments. Und das Schöne ist, dieses kleine gelbe Zeichen hier, das zeigt, dass es mit einer sogenannten Buy-Back-Guarantee kommt. Das heißt, diese Firma Cream Finance wird diesen Kredit zurückkaufen, wenn er mehr als 60 Tage, sag ich jetzt mal, wenn die Zinsen darauf für mehr als 60 Tage nicht gezahlt wurden. Und das Schöne, wie gesagt, ist dann, dass du die Zinsen bekommst plus dein Geld zurück. Du kannst hier natürlich auch dir anschauen, in welchen unterschiedlichen Währungen diese Kredite vergeben werden können. Du kannst hier auch zum Beispiel auf Loan Originators gehen und dann praktisch dir die Firmen auswählen, die diese Kredite vergeben. Und hier haben wir zum Beispiel solche Firmen wie Vizier, WAX.AM, SIPTO DK, SEBO und so weiter und so fort. Von denen hast du wahrscheinlich noch nie gehört, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall kannst du dir hier ganz genau auswählen, welche Firma du verwenden möchtest. Ich persönlich muss dir ehrlich sagen, dass ich bisher mit keiner von diesen Firmen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es funktioniert alles sehr gut. Die Investments kommen zurück, die Zinsen kommen zurück. Ich hebe sie mir ab. Das Geld landet auch wirklich auf meinem Konto und ich erhalte wirklich 12,79% als Zinsen. Und das, wie gesagt, ist absolut großartig. Würde ich dir empfehlen, auf Mintos zu investieren? Die Antwort ist ja und die Antwort ist nein. Und ich sage das, weil ich nicht weiß, wo Mintos in ein paar Jahren sein wird. Ob Mintos sich für immer lohnen wird, ob Mintos vor allen Dingen immer noch diese hohe Return haben wird und vor allen Dingen, ob Mintos nicht doch mal eines Tages Probleme mit den Loan Originators bekommen könnte beziehungsweise den Kreditnehmern. Würde ich dir jetzt gerade noch empfehlen, in Mintos zu investieren. Ich darf dir grundsätzlich keine finanziellen Tipps geben, aber ich denke, es ist keine schlechte Idee, in Mintos zu investieren. Ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und denke, dass du auch gute Erfahrungen hier machen wirst. Aber gut, das war es dann nun für das heutige Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video.